Ich brauche mein Wasser bitte ganz schnell. Jetzt habe ich eine Heide vergessen zu trinken. Nass geworden. Mein Wasser! Das ist Platzregen. Ist kein Nagel. Ist Platzregen, ist das. Steht über der Platzregen, ist das. Guck mal. Ich brauche keinen Angst haben. Ich glaube, wir kriegen kein Umwetter. Wir kriegen nur Regen. Das ist ein ding, normaler Platzregen. Guck mal, Filma ist doch kein Hagel. Filma, du brauchst keinen Angst haben. Ich glaube, wir kriegen kein Umwetter. Wir kriegen nur Regen. Guck mal. Guck mal nach in deiner Dose, was wir für Tabletten nehmen müssen, wir beide, ja? Wir müssen beide erstmal ruhige Tabletten nehmen, jetzt wäre besser, okay? Nass geworden, hat die Dusche scheiß gemacht gestern, ne? Die Dusche hat die Scheiß gemacht gestern Abend, den Knopf gemacht, den Duschknopf. Es ist aber nass geworden, bis nun geht nicht mehr. Oder lässt du mit denen? Lächerlich, was ist das denn? Was sieht das denn aus? Es ist eine Immersion da hinten, cool. Ne, ich steck da mal in der Wolke. Ich habe nur deine Zigaretten von den Zigaretten aufgeraucht, die du nicht machen wolltest, aber nicht deine. Nein, ist Heide. Nein, ist Heide. Hast du dir noch was gemacht, Mama? Oder soll ich dir was machen? Hier über dem Wittbild, da wo Hansi wohnt, da die Stadt, die Ecke, da wo Hansi wohnt, Hüneburgstraße, da ist noch Sonne, guck mal. Da, Hüneburgstraße noch Sonne ist da hinten, guck mal, siehst du? Da, wo die Wittbild sind, da wo Hansi wohnt, da ist noch Sonne, die Ecke, guck mal. Da, wo Hansi wohnt, da wo Hansi wohnt, da ist noch Sonne, die Ecke, guck mal. Hier sehe ich da rechts über der Autobahn, wieder eine leichte Aufklärung, siehst du, ist nur ein leichter Regenschauer. Vereinzelt, guck mal. Da, rechts über der Autobahn. Ne, es ist jetzt erst gekommen. Jetzt erst da, rechts, guck mal. Ich dachte, es ist schon Hagel, ey. Ganz komische Wolken hier, echt, ey. Wo, ey. Wo, ey. Untertitelung des ZDF, 2020